So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es einen historischen Moment, so wie ich es mal fast formulieren. Und zwar haben wir vor, heute die Position der Turbolader bei dem Lamborghini zu bestimmen. Klingt erstmal einfach, wir haben uns allerdings schon Tage den Kopf drüber zerbrochen, werden uns das in den nächsten ein, zwei Stunden mit Sicherheit noch weiterhin tun. Aber ich bin guter Dinge, dass wir am Ende vielleicht in diesem Fahrzeug zweite Turbolader haben. So, erstmal zu meiner Rechten. Moin. Das ist Tom. Viele von euch kennen ihn bestimmt schon irgendwie aus dem Hintergrund von Instagram, wie auch immer. Praktisch hilft Tom mir aber immer viel. Ihr werdet ihn jetzt öfter sehen, weil das ist nämlich derjenige, der hier ziemlich viel schweißen wird. Sowohl Alu, Edelstahl, Titan. Komm mal hier ran, dann stell ich ihn da hinten in den Schatten, ey. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen schweißen hier. So, jetzt, eigentlich wollten wir mit diesem Video schon vor drei Stunden anfangen. Hat natürlich mal wieder nicht funktioniert, weil wir drei Stunden drüber gegrübelt haben, wie die Turbos hier hin können. Erstmal kleinen Zwischenstand. Ich habe das Ganze mal ein bisschen weiter zusammengebaut. Nicht wundern, dass dieser Träger hier noch so dreckig ist, weil ich war mir da schon ziemlich sicher, dass der eh nochmal umgeflext, umgeschweißt und so weiter wird. Deswegen ist der noch nicht gepulvert wie der Rest. Die Krümmer, hatten wir ja im letzten Video gezeigt, die bleiben ja original. Das heißt, wir bauen jetzt nur die Verbindung von dem Krümmer zum Dorolader. Zum Thema Dorolader nochmal. Das waren jetzt ja hier diese, sind immer noch, ich sag jetzt mal, die Musterlader von TTE. Einen linken, einen rechten. Das heißt, wir können alles komplett symmetrisch bauen. So ist zumindest der Plan. Ob das Ganze am Ende funktioniert, ist eine andere Sache, weil man denkt immer, da ist so viel Platz in dem Motorraum. Ist es aber eigentlich nicht. Das wird dann doch schon relativ schnell, relativ eng. Mein Wunschplan war es eigentlich, die beiden Dorolader so da rein zu machen. So, finde ich, sieht das am geilsten aus. Damit man dann wirklich mit dem richtigen Abstand die beiden Lader so nebeneinander hat und wirklich einfach nur mit einem geraden Druckrohr in die Dorselklappe reingeht. Das Coole ist, diese Turbolader sind später Polygon. Das heißt, zwischen Verdichterrad und Welle ist ein Dreieck auf der Welle. Also das Verdichterrad ist formschlüssig mit der Welle verbunden. Das heißt, wir brauchen kein Pop-Off-Ventil, weil sich das Rad auf der Welle nicht verdrehen kann. Pop-Off-Ventil ist normalerweise dafür da. Die Dorselklappe geht zu. Die Luftmasse muss irgendwo hin. Wenn kein Pop-Off da ist, würde ruckartig das Verdichterrad abbremsen und sich auf der Welle verdrehen. Polygonverbindung kann das ab. Das heißt, wir können später ohne Pop-Off fahren. Das heißt, mein Traum war es, dass wir hier eine relativ schöne, gerade Verbindung haben. Wenn man von hinten drauf guckt, dass alles schön symmetrisch aussieht und einfach clean, cool, geil aussieht. Klingt so schön. Klingt einfach, ne? War auch einfach. Bis wir diesen Tank eingebaut haben. Dann haben sich jegliche Pläne von uns nämlich wieder zerschlagen. So, ne, noch einmal ein ganz anderes Thema. Dieser Träger ist so dreckig, weil eigentlich war der Plan, dass hier noch ein Wasserbehälter hinkommt für die beiden Ladeluftkühler, die hier in der Ansauchproduktion sind. Dann habe ich aber kurz vorhin noch mal mit Herrn Kräber gesprochen. Und der kam auf die glorreiche Idee, wir könnten ja auch den Wassertank einfach nach vorne bauen. Eigentlich eine simple Sache. Macht auch Sinn, weil vorne keine Temperatur. Vorne hat man genug Platz. Vorne ist das Auto auch leichter. Das heißt, ein bisschen Gewicht kann auch nicht schaden. Habe ich irgendwie null dran gedacht. Ist aber eine gute Idee. Werden wir jetzt auch so machen. Das heißt, theoretisch haben wir hier Platz ohne Ende, weil Wasserbehälter kommt nach vorne. So, dann haben wir diesen Ölkatchtank reingemacht, beziehungsweise es ist in dem Fall kein Ölkatchtank, sondern es ist richtig der Ölsammelbehälter, Vorratsbehälter, wie auch immer, von der Trockensumpf. Das heißt, die Trockensumpfpumpe saugt von diesem Behälter ab. Das heißt, hier ist das gesamte Ölreservoir drin. Und nicht unten in der Ölwanne, sondern hier drin. Das heißt, die Ölwanne ist richtig schön flach und das Öl wird direkt abgesaugt. Hier gibt es ein paar Italiener, die bestimmt ein bisschen Entwicklung reingesteckt haben. Und der Tank sieht genau so aus, wie er hier aussieht. Und das sollten wir auf jeden Fall auch beibehalten. Weil zusätzlich ist hier oben noch die Kurbelgehäuseentlüftung drin. Das Öl, was von dem Ölkühler zurückkommt, geht hier oben rein. Dann sind da noch Schottwände drin, dass das fließende Öl natürlich entschäumt wird, weil das wird mit Sicherheit ein bisschen schäumen. Soll aber unten, wenn es von der Pumpe angesaugt wird, natürlich schaumfrei sein. Und ja, steckt ein bisschen Technik hinter. Die sollten wir so lassen. Und genau deswegen haben wir gerade Bauchschmerzen und schlechte Laune dann bekommen. Weil, wenn man sich jetzt vorstellt, wir wollen diesen Ölwaner. Wollten den eigentlich ziemlich genau so 10 cm weiter nach vorne. Wird nix. Niemals. So, wird nix. Würde ich jetzt nicht sagen. Aber es wird auf jeden Fall so nix. Nicht ohne Behälter neu zu bauen, ne? So, Behälter neu bauen, kommt nicht in Frage. Das ist relativ einfach gesagt. So, aber was in Frage kommt, ist den natürlich ein bisschen umzugestalten. Das heißt, wir setzen da einfach mal die Flex an. Nein, das ist einfach nur der Peilstab hier. Das heißt, das ist eigentlich nur ein Rohr, was wirklich komplett bis unten durchgeht. Da sehe ich wenig Probleme drin, dieses Rohr einfach irgendwo anders zu positionieren. Und der Halter kann genauso weg. Diese beiden runden Teile, die müssen allerdings schon irgendwo so bleiben. Welche Runde? Dies und dieses. Hier oben geht, wie gesagt, die Kurvengehäuseentlüftung dran. Das heißt, das geht dann später da hin. Und hier kommt quasi das ganze Öl von dem Ölkühler zurück. Und wird dann kreisrund in den Behälter wahrscheinlich nach unten geführt. So, das heißt, unser Plan ist es eigentlich, man sieht ja schon, wo er ungefähr landen muss. Das ist ungefähr die Mitte. Das heißt, der Turbolader wird ungefähr so. Und dann halt nochmal 5 cm weiter nach vorne. Das wird mit der Ansaugung bestimmt kein Traum. Ist aber hier nicht so schlimm. Würde ich in Kauf nehmen, wenn die Ansaugung da so eine kleine Beule bekommt. Weil, wenn wir uns diesen Verdichter angucken, glaube ich nicht, dass wir da die... Aber selbst hier können wir es auch noch abeinander. Genau, ja, den auf jeden Fall, ja. Das wird schon gehen. Jeder kennt es, man baut stundenlang rum und am Ende sitzen die Turbolader eigentlich nicht so, wie man es haben will. Und das Ding schielt, sie gucken nach oben, nach unten, wie auch immer. So, das müssen wir irgendwie umgehen. Weil bei dem Lambo sind die einfach so prädestiniert sichtbar, diese Turbolader. Die müssen einfach akkurat perfekt sitzen. Die dürfen weder so, so, so noch irgendwas. Deswegen, ich bin gespannt, ob das das erste und letzte Video zum Thema Turbolader ist in dem Auto. Ob wir nicht am Ende alles zu flexen und wieder neu machen. Ich würde es nicht ausschließen, aber kann passieren. So, deswegen überlegen wir uns mal. Wir haben ja ein paar Sachen haben wir fest vorgegeben. Diesen Abstand können wir relativ einfach einfach ausmessen. Das heißt, wir können auch relativ schnell errechnen, wie der Abstand der Turbolader sein muss. Genau. So, das heißt, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt folgendes. Wir nehmen uns hier so ein schönes Edelsteilprofil. Brutzeln das im richtigen Abstand drauf. Dann haben wir nämlich immerhin schon mal gegeben, dass die Turbolader A parallel zueinander sind. und B auf der gleichen Höhe sind und wie wir sie passend verschieben können. Und dann müssen wir gucken, ob das da ungefähr irgendwie reinpasst. Wir zerflexen den Tank. Du kannst ja auch noch was, falls es schief geht. Und dann halten wir das Ganze mal rein. Es gibt übrigens zu Tom, gibt es noch ein paar Sachen, die wir machen. Das ist noch so eine kleine Geschichte, die ich euch irgendwann mal erzähle, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Die hört Tom besonders gerne, aber da brauchen wir jetzt noch ein paar Videos für, oder René? Ich denke auch. Das ist besser so 1000. Ja, so, hört auf. Weiter im Text hier. Wir haben V-Bahn-Ringe ran gemacht, weil jetzt ist nämlich das Geile. Jetzt können wir sowohl Abgasgehäuse als auch Verdichtergehäuse frei verdrehen. So, weißt du, man hätte jetzt auch irgendwie einen Halter an Mittelgruppe, wie auch immer, machen können. Aber so können wir wirklich alles so hindrehen, wie wir es gerne hätten. Das ist ganz schön schwer. Das ist nicht so meine Liga hier. So. Und jetzt können wir das Ganze nämlich perfekt die Kur ausrichten. So, jetzt musst du mal einmal von hinten gucken, wie wir gerade so von der Höhe her sind. Hast du? Ja, ich hab's. Wir sagen, es passt so. So, das Problem ist immer, man kann sich das immer so... Es sieht zwar alles immer gerade und von der Höhe her passend aus, am Ende passt es aber nicht. Deswegen haben wir mal schnell so grob zusammengetapet, was hier später noch oben drauf kommt. Damit man das ein bisschen besser bewerten kann. Nee, ist so... Geht nicht tiefer, ne? Ja, wir kommen hier schon gegen den Trockensumpftank. So, wir müssten ungefähr eher auf die Höhe. Das ist natürlich da mit der Ansaugung. Dann kommen wir schon so weit nach hinten. Aber guck mal, damit wir da noch eine Ansaugung hinkriegen würden, müssten wir bestimmt noch ein Zenti nach hinten. Ich würde sagen, wir probieren das so hier mal ranzumachen. Weil das würde ich mir ansaugungsmäßig da noch so zutrauen, ne? Ja. Guck mal, das machen wir mal. Ja. Okay. Also, kleiner Adapter da dazwischen war. Vorher, ein bisschen runter. Ich würde sagen, wir müssen leider... Ein Stück kürzen. Genau. Zendieren, beiden Seiten abschneiden. So, das ist jetzt Position Nummer 1. Wir haben, wie gesagt, die V-Bandringe hier dran. Anschließend nur kleine Türmchen da dran geschraubt. Können jetzt 100% sicher sein, dass sie auf der gleichen Höhe sind. Dass sie den richtigen Abstand zum Drosselklappen haben. Und vom Winkel her konnten wir sie auch noch kippen, als es noch nicht durchgeschweißt war. Und jetzt können wir uns das Ganze mal angucken. Ehrlich gesagt, bin ich aber noch nicht so richtig von überzeugt. Ich hatte mir das irgendwie, wenn wir jetzt hier einfach mal so grob, die spätere Rohrführung drauf getaped. Das sieht halt aus wie Heizungskörper, ne? Nein, weiß ich nicht. Ist irgendwie so zu hart. Und wenn man den Winkel, den hier, nicht so rund macht, sondern so ein bisschen spitze? Das geht theoretisch nicht, weil das ist schon ein enger Bogen. Das heißt, wir haben hier schon den maximal flachen Radius. Okay. So, das heißt, man könnte den jetzt logischerweise kürzer schneiden, Rot zwischen und wieder. Aber dann kommen wir definitiv am Ende höher. So, das heißt, die Toros mussten tiefer dafür. So, jetzt kommen wir zum nächsten Problem. Hier muss hier irgendwie noch ein Auspuff hinter. Klar, am besten wäre hier Straightpipe 10 cm raus und gib ihm. Wollen wir aber nicht. Da muss ein Auspuff hinter. Und dieser Auspuff muss auch eigentlich erst in der Mitte zusammengeführt werden und dann wieder runter. So, wenn ich jetzt hier gucke, das ist jetzt ein 100er Bogen in eng. Das heißt, der ist schon ziemlich eng. Und ich packe den jetzt hier mal so imaginär hin. Wobei so. So. Dann sieht man hier schon, dass wir selbst mit diesem engen Bogen schon, naja, hier ist ein Gitter. Der müsste man jetzt noch ein bisschen schräger abschneiden, dass er so ganz eng hier rumkommt. Schön ist das alles nicht, ne? Ne. Und dann kommt noch der letzte Punkt dazu, wenn ihr hier von oben mal reinguckt. Also klar, hier kriegt man mit Sicherheit eine Ansaugung vorgebaut, ne? Das heißt, man würde hier so einen kleinen Ausschnitt machen, eine kleine Delle rein machen. Schalte anschmeißen. Aber, ne. Ich sage leider weiter aus meiner Nacht. Ich sage, ich kann heute Nacht nicht schlafen. Lassen wir den Schlüssel hier. Und was würdest du machen? Lade heute auseinander. Auseinander, oder? Dass du hier die Ansaugung vernünftig durchgehen kannst. Hier. War es jetzt hier oder da? Ich glaube, hier durch, ne? Aber so lassen oder hier rauskommt? So lassen, ne? Ne, so lassen, aber halt weiter rüberkippen. So 45 Grad. Keine Ahnung, wie viel hat das sein. Damit wir hier genug Platz haben, würde ich behaupten, müssen wir mit dem Turbolader auch bestimmt schräg. So? Ne. X-Ball. Okay, Entschuldigung. Hass ich. Hass ich. Es gibt auch böse Zungen, weiß ich, aus dem Rallye-Sport, die sagen, die Achse der Turbolader muss immer parallel zur Kurbelwede sein. Okay. Warum, wieso, weshalb? Vielleicht kann uns das einer von euch sagen. Ich weiß nicht, ob das mit Pulsation, Strömung, wie auch immer zu tun hat oder Fliehkräften. Keine Ahnung. Aber mir gefällt das optisch absolut gar nicht. Ne, ist okay. So, ich finde irgendwie, weil das so ein gerades Auto ist mit dieser geraden Rüte. Ja, ist auch wesentlich geiler, ne? So, höher, weiter zusammen, bringt uns gar nichts. Auf gar keinen Fall. Er klappt auch alleine schon. Na, jetzt muss ich mit der Heldklappe saß. Der Besenstiel bleibt ja eigentlich. Nee, der muss auch in den Campo. Wenn das jetzt natürlich auch nicht passt, dann soll ich die Abstandsleiter holen? Nö. Jetzt liegen sie auf. Hier, guck mal. Das ist mal Maßarbeit. Nee, hier liegen sie schon drauf hier. Das ist der Originalabstand. Na, dann hat sich das somit erst recht erübrigt. Aber dann hat sich das auf jeden Fall auch erübrigt. Ich hatte ja die Hoffnung, dass wir hier gerade rausgehen können. Das wird auch auf gar keinen Fall gehen. Also, dadurch, dass wir dann gegen die Heckklappe kommen werden, ist jetzt somit klar, wir müssen auf jeden Fall auch von hier aus direkt ein bisschen nach unten gehen. Ja. Also, hinter der Drosselklappe. Eigentlich muss an die Drosselklappe schon ein kleiner Bogen, dann eine schöne Schelle und dann hier irgendwie eine Art Rohr. So, jetzt kommt noch das letzte Problem. Man muss nochmal von hinten filmen, René. Wenn wir jetzt mit dem Lader noch weiter nach da wandern, dann müssen wir natürlich auch noch hier wieder rumkommen. Also, 10 Zentimeter geht nicht. Weil, guck mal, 10 Zentimeter würden wir dann wieder um den Träger so rumgehen. Außer, man stellt das Abgehäuse viel, viel weiter so. Ja, das meine ich ja. Du meinst mehr so, ne? Genau. Und dass man dann so reingeht. Ja. Und das ist ja egal, ob wir jetzt weiter rüber gehen, das würde trotzdem passen. Aber wenn wir tiefer holen, müssen wir fast wieder so rum, ne? Unterschätzt das nicht? Das sehe ich nicht als Problem. Ich schon. Okay. Deswegen können wir das ja auch so schön hier an der Vorwandstelle drehen. Ich würde sagen, wir müssen versuchen, irgendwie die goldene Mischung zu finden. Das heißt, ab und so weit rüber. Das wird ja ungefähr unsere 100er Ansaugung sein. So meinst du, ne? Genau. Ja, ich finde es optisch eigentlich cooler, wenn die Turbos zusammenstehen. Ja, ich auch, aber ein Tod muss sterben. Geht halt nicht, ne? Geht halt nicht. Ja, wie ihr seht, wir flexen noch ein bisschen. Ja, wie schon prophezeit, im ersten Anlauf klappt das mit Turboladerposition meistens niemals. Ist dann aber doch immer ganz gut, wenn man sich einen Halter und eine Leere baut, weil wenn man nämlich erst mal anfängt, das Rohr zu bauen, dann hat man die Turbolader in der Position und weil man meistens dann zu faul ist, alles neu zu bauen, lässt man es dann doch so, ne? Ja. Deswegen war es hier auf jeden Fall goldrichtig, erst mal die Turbolader in Position zu bringen und so sieht das jetzt auf jeden Fall schon besser aus. So, wir zeigen euch das mal. Wir haben hier an dem Träger schon mal so ein bisschen Platz gemacht. Das war auch der Grund, warum ich den bisher noch nicht pulver lassen habe, weil ich hatte schon vermutet, dass da was dran passiert. Und wir haben jetzt die Turbolader, man sieht es hier ganz gut, fünf Zentimeter weiter nach vorne gepackt mit unseren beiden Spacern und ein bisschen tiefer gemacht. Das heißt, die sitzen da jetzt schön bündig drin, links, rechts. Jetzt ein großes Problem, wo wir ein bisschen drüber gegrült haben. Der Motor sitzt ungefähr fünf Zentimeter außer mittig in dem Auto. Original. Das war schon immer so. Man sieht es auch an dem Carbon-Teil hinten an der Abdeckung. Der ganze Motor sitzt weiter links. Jetzt war die Frage, nehmen wir die Turbolader dann mit außer mittig oder packen wir die Turbolader mittig in den Rahmen rein? Wir haben sie jetzt mittig in den Rahmen gemacht, weil wir uns gesagt haben, wenn das Auto später mal irgendwo ohne Stoßstange steht, wie man ja diese ganzen krassen Lambos immer kennt, wollten wir es lieber so, dass die Turbolader dann symmetrisch sind, dass der Auspuff symmetrisch ist und nehmen dafür lieber in Kauf, dass wir jetzt diese Ansaugstrecke, beziehungsweise nicht Ansaugstrecke, sondern einfach nur Druckladenluftstrecke, ein bisschen asymmetrisch bauen müssen. Das heißt, auf dieser Seite sitzt der Turbolader jetzt ein bisschen weiter nach hier. Das heißt, hier wird auf jeden Fall ein geraderes Stück zwischenkommen. Als erstes muss jetzt das Rohr gebaut werden hier zum Krümmer. Das Rohr wird 70 mm, weil aus dem Krümmer nämlich genau 70 mm rauskommen. Da haben wir ja damals, das hatte ich ja schon gezeigt, vor Jahren schon eine V-Bahnstelle ran gemacht. Das heißt, da geht jetzt genau ein 70er Ring drauf. Und das Coole ist, die Abgaskräuse hat TTE dementsprechend auch genau mit dem 70er Ring gemacht. Das heißt, wir bauen jetzt den Auspuff, beziehungsweise eigentlich ist es ja nicht Auspuff, ist eigentlich Krümmer in 70. Jetzt ist das Coole, mit unserem Ring, den wir hier angeschweißt haben, können wir das Abgaskräuse jetzt verdrehen, wie wir lustig sind und können jetzt gucken, wie wir hier am besten mit dem Rohrbogen anfangen, weil da hinten in das Loch müssen wir hin. So Tom, du darfst auch richtig mal was sagen. Achso, ich muss jetzt ab und schweißen sein, nachdem die hier schon so viel flexen und schweißen und so weiter. Also hier, glaube ich, sieht das ganz gut aus. Wenn man sich das jetzt hier anguckt, hier kommt noch der Ring zwischen, dann landen wir mit einem, ich sag jetzt mal, natürlichen Bogen genau schön hier so in der Ecke. So, also das ist vom Flow her, glaube ich, schon geil. Das passt von der Höhe her, das passt vom Bogen her. Denken an die V-Bond. Das kann man so machen. Ja, ja, so ein bisschen. Aber wir können jetzt ja das Gehäuse zur Not auch ein bisschen hochdrehen und wieder so gehen und so weiter. Ja, das heißt, wir zingeln da jetzt so eine Schlange durch. Die wollen wir natürlich nach Möglichkeit möglichst gerade machen, weil es da von der Stromung ja immer am coolsten ist, wenn es gerade ist. Wobei eine Sache, weswegen wir den Turbolader nach vorne gesetzt haben, ist, weil hier ja noch unser Ausbruch hin muss. So, das ist jetzt ein 100er Bogen. Hier haben wir jetzt genug Platz, dass das auf jeden Fall einigermaßen passt. Und dann wird der am Ende, ja, kann man sich gerade schwer vorstellen, aber so irgendwie so kommt da dann so eine Schnecke. Ist jetzt natürlich alles ein bisschen höher dann jetzt gleich noch. In der Mitte gehen die einmal zusammen, so eine Art X-Pipe. Und dann ist eigentlich mein Plan, dass wir mit diesem 100er hier so rumschlingeln, hier so ins Endrohr und das Wayscape quasi von hier auch da rein gehen. Ja. Das wäre geil, ne? Das ist halt auch die leise Variante, ne? Vor allem 2 mal 100 ist halt auch dann echt männlich, ne? Da ist allerdings noch die Frage, ob wir das Ganze in Alu machen. Bisher funktioniert es unter Limo und beim Radius und so auch, ne? Oder halt Titan. Hast du schon Titan-Schweiß? Ja, so. Aber jetzt nicht so richtig intensiv. Okay. So, dann müssen wir Schweißer Igor nochmal anrufen. Dann muss er nochmal kurz rumkommen und nochmal uns das Titan-Schweißen mit dem Schweißgerät zeigen. Okay, so. Das heißt, wir machen jetzt folgendes. Tom hat schon vorbereitet. Einfach den 70er-Bogen mal in verschiedene Stücke geschnitten, dass man einfach mal ein bisschen ranhalten kann. Und jetzt würde ich sagen, müssen wir von vorne anfangen, bis wir dann irgendwann hier hinten grob auf die Flucht kommen. Wie ist das beim Schweißen? Erst anpucken alles? Ja, vorher anfasen. Anfasen heißt? Am liebsten so eine schöne 45er-Faser rummachen. Wofür ist die? Zum Schweißen schön. Erstmal schöner durchschweiß beim Formieren. Weil du formierst ja immer. Also ich mache es zumindest so. Formieren heißt, einfach nicht nur drauf losschweißen, sondern wirklich alles verschließen und das Schutzgas auch einmal durchströmen lassen. Durchströmen lassen, genau. Ja. Damit einfach von innen die Naht genauso aussieht wie von außen. Nicht so ein Dummkohl drin ist. Und nicht den Durchbran, der so innen krass hat. Okay. Das heißt, ich denke mal, wir werden heute erstmal locker noch damit beschäftigt sein. Erstmal auf beiden Seiten das Ganze anzupunken. Wie ist das mit Verzug? Was sagst du? Nach dem Anpunkten? Müssen wir schon öfter durchpunkten. Und auch... Vor allem bei so einem großen Langdurchmärz auf jeden Fall. Und ohne Spalt am besten auch, ne? Was ja meine Spezialaufgabe ist. So, was natürlich gut ist. Verzug ist hier jetzt natürlich erstmal nicht ganz so schlimm, ne? Andererseits auf die Länge wird man natürlich schon einen krassen Verzug haben, ne? Ja. Aber wir haben jetzt ja schon rund um überall noch so ein bisschen Platz, ne? Ja, was sieht auch immer blut aus, wenn die da lang so stehen oder so. Ja. Ja, das muss schon schön symmetrisch sein. Ich würde sagen, wir bauen mal ein bisschen und steigen dann wieder ein, wenn die Rohre gepunktet sind. Es hat doch ein paar Stunden länger gedauert, aber die beiden Rohre sind soweit angepunktet. Ja. Mehr auch nicht. War wieder doch gut Action, das dann so hinzubekommen, ne? Aber das Ergebnis gefällt mir persönlich richtig gut. Wir haben jetzt die... Die beiden Gehäuse stehen jetzt wirklich genau gerade. Also die Gehäuse sind so nicht verdreht. Das heißt, wir gehen wirklich mit einem 90 Grad Bogen rein. Auf beiden Seiten mit 45 um die Ecke. Und haben dann wirklich gerades Rohr nach vorne. Und haben dann schön parallel auf beiden Seiten nur einmal diesen Bogen über das Hitzeblech gebaut. Sieht eigentlich wirklich nach kaum Schnitten und Arbeit aus. Hat sich aber wirklich gezogen, weil wir wollten es dann doch halt schön parallel da drin haben und so weiter. Braucht man immer doch einen Tucken länger. Aber ich glaube, das kommt schon dem Optimum recht nahe, ne? Ich finde es geil. Ich glaube auch, das passt so. Ist natürlich ein männliches Rohr, 71 Millimeter von Krümmer, ne? Doppelt. Jetzt auf jeden Fall können wir geil den Ausbruch bauen. Weil hier ist jetzt auf jeden Fall genug Platz, ne? Ansaugung hat jetzt Platz. Hier an der Mitte haben wir Platz. Also da ist jetzt schon rundum richtig viel Platz, ne? Und was ich richtig cool finde, ist, dass am Ende, das kann man sich jetzt noch schwer vorstellen, aber am Ende wird dieser Motorraum ziemlich clean bleiben. Weil dadurch, dass wir den Wassertank jetzt ja vorne haben und so, wird er schon... Ja, ein bisschen Dash, ne? Wird er schon sportlich. Sportlich. Ja, ähm, als nächstes schweißen wir die Rohre durch. Das ist allerdings nochmal eine größere Sache, weil, ähm, du wolltest die erst noch schleifen? Ja. Schleifen, abdichten, formieren, schweißen und so weiter. Das seht ihr im nächsten Video. Genauso geht es dann weiter mit Thema Auspuff und Waste-Gate. Da gibt es nämlich auch noch verschiedenste Möglichkeiten, wie wir jetzt hier das Waste-Gate positionieren können. Und ja, dann geht es hier Step für Step weiter. Ich würde sagen, wir nehmen noch einmal kurz dieses komplette Paket raus. Das reizt mich gerade. Ja, ausgebaut sieht man jetzt nochmal richtig schön, wie symmetrisch das Ganze ist. Dafür, ihr dürft nicht vergessen, es kann nicht 100% symmetrisch sein, weil der Motor, wie gesagt, ein bisschen weiter links sitzt. Und das Getriebe auch nicht komplett symmetrisch aufgebaut ist. Und dafür, glaube ich, ist das schon wirklich gut geworden. Gefällt mir. Mir auch. Ich will nochmal schreiben, sieht es besser aus. Wir zeigen euch jetzt hier nochmal kurz, hier seht ihr das, was wir meinten, mit Anfasen. Es sieht aus, als wäre hier ein Spalt zwischen. Ist aber gar kein Spalt. Das ist wirklich rein die Phase, die jetzt Tom beim Schweißen richtig schön auffüllen kann. Genau. So, viele von euch werden bestimmt noch fragen, was für Material das ist. Das ist ganz normales Edelstahl, 4541. Ganz normal nicht. Das ist schon mal ein Step besser, als das, ich sage jetzt mal, Welt und Wiesen Edelstahl, 4301. Genau. Ist theoretisch, aber für die Temperatur nicht geeignet. Eigentlich. Weil normalerweise müsste man ein 48er Material nehmen. Das ist nämlich für 1000 Grad gedacht. Bei den 4541, glaube ich, knapp über 1000 Grad. War schon etliche Male Diskussion in den ganzen Foren. Fängt das an, theoretisch sich loszuglühen. Aber, unsere Erfahrung zeigt, dass bis dieses Material wirklich 1000 Grad hat, haben wir ganz andere Sachen. Vor allem der Durchmesser, Ethanol. Genau, Ethanol, 70 Millimeter. Ganz wichtig dabei ist, glaube ich, dass wir die Lader hinten vernünftig abstützen. Genau. Dass die nicht mit dem ganzen Gewicht an dem Krümmer hängen, sondern am besten irgendwo hier so zwei richtig schöne Halter bekommen, dass sie feststehen. Und dann, glaube ich, werden wir da keinen. Das glaube ich auch nicht. Weil bei mir in der Limo ist das gleiche Material drin. Da war schon richtig Temperatur hinter. Also Temperaturen, wo wir hier niemals hinkommen werden, weil der Motor einfach gar nicht so krass belastet wird. Und da hat es auch immer funktioniert. So, deswegen sage ich, sind wir mit dem Material auf jeden Fall gut aufgehoben. Und, jetzt kommt es auch noch, ich hätte gerne natürlich auch ein 48er Material genommen. In 70 Millimeter Durchmesser gibt es aber keine Bögen. Okay. Zumindest nicht bei den Lieferanten, die wir so haben. Das heißt, wir hätten angefangen und hätten kleine Stückchen geschnitten. Ja, das ist auch blöd. Dann wären wir in zwei Wochen noch gut. Vor dem besten Schweiß hat es keiner. So ungefähr. Deswegen, alles top. Ich hätte selber gar nicht gedacht, dass wir es dann doch so symmetrisch gepfört haben. Weil wir saßen jetzt nicht und haben hier die einzelnen Stücke gemessen. Ich würde sagen, das reicht für heute. War eine kurze Nacht. Und ihr könnt euch aufs nächste Video freuen. Ciao. Ciao. Ciao.